Es gibt insgesamt 15 Rosenkranzstoffe. Die Rosenkranzsonaten haben einen direkten Bezug zu den einzelnen Stationen im Leben von Maria und ihrem Sohn Jesus. Den Sonaten selber ist ein Bild immer vorangestellt, das das jeweilige Ereignis zeigt. Man hat seit vier Jahren einen Schlüssel in der Hand, einen ganz direkten Bezug. Man hat nämlich ein sogenanntes Rosenkranzbruderschaftsblatt oder einen großen Zettel gefunden, auf dem genau diese Bilder, die Biber seinen Sonaten voranstellte, auch zu finden sind. Unabhängig davon hat der Komponist seinen Sonaten keinen Titel vorangestellt. Er hat nicht geschrieben, Verkündigung der Geburt Jesu, sondern das Bild selber zeigt, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt. Und man kann in der Musik, wenn man die hört, frei assoziieren. Man kann seinen Gedanken und Eindrücken nachgehen. Die Rosenkranzsonaten sind nicht einfach nur barocke Musik, sondern die geistliche Ebene ist gar nicht wegzudenken davon. Die Musik ist schwarz auf weiß notiert, aber sie enthält bestimmte Figuren, bestimmte Bewegungen, die etwas auslösen im Spieler und ich hoffe auch beim Hörer, die Bilder entstehen lassen, sodass es einen ganz klaren Bezug gibt zwischen dem Ereignis, beziehungsweise dem Bild und der Musik selber. Die Sonate 6 stellt die Szene am Ölberg dar, also das ist die Situation, wo Jesus allein ist im Garten mit Semani und bittet, dass dieser Kelch an ihn vorüber geht und seine Jünger, die eigentlich ihn begleiten, die schlafen inzwischen. Die Sonate beginnt, indem eine Figur von oben nach unten geht, als ob jemand auch so auf die Knie geht. Das Rosenkranzgebet wurde für die Laien geschaffen. Man kann es ganz einfach beten, man spricht das und gerät in den Zustand mehr des Meditativen. Man hat, denke ich, dann auch im Lauf des Betens ein Bild, was entsteht. Und hier, denke ich, liegt eine Parallele auch zu den Rosenkranzsonaten. Wenn man das hört, dann entsteht ein Bild und man hat die Form der Variation als ganz starkes Element in Bibas Musik. Die älteste Geige ist das Instrument von Jakob Steiner von 1670. Zeitlich gesehen die jüngste Geige ist das Instrument von Michael Klotz von 1780. Erich, der war creativiert. Ja, ich bin,ג постоянно etwas öfter, das war die Verteidig. Der war die Verteidig und hat die Verteidig. Aber nicht nur wasrière die Verteidig. Das war die Verteidig werden, das war die Verteidig. Und jetzt haben wir eine Verteidig? Untertitelung des ZDF, 2020